Viele junge Menschen stellen sich die Frage, was ist eigentlich eine Gewerkschaft? Gewerkschaften sind Vereinigungen, in denen sich Menschen mit gleichen Interessen zusammenschließen. Im Prinzip ist eine Gewerkschaft einem Fußballverein sehr ähnlich. Menschen haben ein gemeinsames Ziel, also tun sie sich zusammen. Nur bei einer Fußballmannschaft stehen immer nur maximal elf Spieler auf dem Feld und können agieren. Bei einer Gewerkschaft gilt, je mehr Mitspieler, desto besser die Chancen. Und während es im Fußballverein um Tore schießen geht, geht es bei einer Gewerkschaft um Lebens- und Arbeitsbedingungen. In einer Gewerkschaft schließen sich also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen, um ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen besser mitgestalten zu können. Eine Gewerkschaft kann als Zusammenschluss von arbeitenden Menschen in einer bestimmten Branche durch Tarifverhandlungen und politische Interessenvertretung eben genau diese Bedingungen verbessern. In Deutschland sind Gewerkschaften ein besonders hohes Gut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Grundgesetz das Recht verankert, dass sich Menschen in einer Gewerkschaft organisieren können. Heute gestalten wir gemeinsam als Gewerkschaft sehr viel mehr als nur grobe Rahmenbedingungen für das Arbeitsleben. Beim Berufseinstieg kann man gut erkennen, wo wir uns überall einbringen. Bereits während der Schulzeit setzen wir uns dafür ein, dass das Bildungssystem in Deutschland weiterhin verbessert wird und nehmen dafür Einfluss auf die Politik. Am Ende der Schulzeit, wenn du darüber nachdenkst, vielleicht eine Ausbildung oder ein duales Studium zu beginnen, setzen wir uns vor allem in Tarifverhandlungen dafür ein, dass die Unternehmen ausreichend Ausbildungsplätze anbieten. In der Ausbildung wiederum gelten viele Gesetze, die deine Ausbildung regeln. Diese würde es nicht geben, hätten Gewerkschaften sie nicht erstritten. Um eine wirklich gute Ausbildung zu gewährleisten, arbeiten wir eng zusammen mit deiner Jugend- und Ausbildungsvertretung und deinem Betriebsrat. Am Ende der Ausbildung steht dann die Prüfung an. Damit diese auch fair und gerecht abläuft, sind Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben in den Prüfungsausschüssen vertreten, um sicherzustellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Nach bestandener Prüfung steht dann die Übernahme an. Diese gestalten wir ebenfalls entweder tariflich oder betrieblich. Beim Berufseinstieg geht es dann direkt weiter. Der Arbeitsvertrag und seine Grundlagen beziehen sich auf geltende Tarifverträge, Gesetze und betriebliche Vereinbarungen. Was verdient man? Wie viel Urlaub steht einem zu? Und welche Sonderleistungen erhält man? Wie etwa einen Anteil zur Altersvorsorge? Und das ist nur ein Teil der Interessensvertretung, die Gewerkschaften erfüllen. Am Ende ist eine Gewerkschaft aber vor allem eins. Eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Vorstellungen, Zielen und Werten. Erfolgreich erreichen lassen sich diese Ziele aber nur gemeinsam. Deshalb sei jetzt dabei und gestalte mit. Wir von der EGBC Jugend freuen uns auf dich.